Geralt, das ist das falsche Schwert, mein Freund. Colem? Ja, ist halt auch kacke, weil ich gerade das Gruppending anhöb. Ich hab einen kassiert! Colem, 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 komm! Hau mich! Hau mich! Hau mich! Und wieder gerne vor, noch hinten los. Warte, noch den komischen Blitz hat, leider. Pardon, mein Freund! Ich hasse es. Ich... ...vergiss es. Das war jetzt schon wieder. Also einmal klappt, aber den Rest muss ich selber machen. Aber das Viech ist nicht schnell. Aber stark. Hat er mein Silberschwert überhaupt so viel Sinn? Nichts gegen das Viech oder so. Das ist jetzt nichts gegen das Viech oder so, ne. Aber irgendwie... Dann müssen wir ja nicht mehr hinlaufen. der kollege werden sie wach ich trinke noch was ich mein weniger als 1 kann das andere schnell auch nicht abziehen bei mehrheit auch nicht wahrscheinlich du musst mir nicht so angucken gucken wir nicht an mit deinen kleinen klubs augen genau wir wechsel mal schwert erzählen die geschichte von der mutter alle das war einmal die mutter ich glaube die finden nicht so gut wo die und tschüss war ja klar ich muss den bisher sie glaubt also erstens dass ich geistig behindert bin anscheinend aber ich habe das gefühl das ding muss bei mir in der nähe sein weil das größer als ich und dann treffe ich den auch gerade eben einfach zu weit weg ich versuche es jetzt noch mal mit den dinger wenn ich habe ich einfach ohne drauf weil dann habe ich kein block mehr übersprungshandlung und ich habe mir die frage du oder ich damit haben wir die frage du da ich auch beantwortet wie konnte das wie ich den vorhin treffen ich blick's nicht wo dann müssen wir so drauf hat keinen sinn die frage ist dann mit welchem schwert aber ich glaube das gleicht sich aus vielleicht nun mal unter uns wir gehen auf ich nie rüber vor das ist kein feuer ja war ich set fire on the rain my friend ja 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 das war jetzt mal wieder frisch von der mietzie warte wüsste ich warum aber frisch von der mietzie ich sag ne frisch von der mietzie alle das traurige ist halt dass der mich auch trifft ne tschö 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 oh gott habe ich bis jetzt viel abgezogen heftig Heftig, heftig, my friend I don't know Das ist sehr effektiv. Könnt ihr Gerhard? Geh, Alter! Geh, Alter! Geh, Alter! Geh, Alter! Fühl die Vitalität, fühl die Vitalität! Vitalität! Oh nein, Ausdauer, oh nein, oh nein, wir kassieren, Gerhard, wir kassieren. Herzlich willkommen im Zeitlupenkampf, keine Ahnung warum. Das hat auch nicht geändert. Vielleicht nützt mir irgendwas, ich wüsste doch nicht was aber, komm her, komm komm komm. Das hat auch nicht geändert. Das hat auch nicht geändert. Weißt du, wenn das Viech die Dinger auslöst. Das war nicht mein Plan. Ich hab' bekommen. Toll. Mega effektiv, man. Mega effektiv. Stoß um Freunde abzuwehren. Okay. 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 Ich hab' den Weg nie auszuwählen. 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 hey kollege hier wir haben gleich halbzeit alter ok 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 vielleicht werde ich jetzt mal zum ende hin irgendwie raushauen das heißt ich mache die dreifach komo dann ich nicht versuch oh nein der rei der dach kommt ja mann und gibt dir gleich noch mal sein weil das war schön ha 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 freund ist unter der hälfte glaube ich ne immer schnelle komo kommt so jetzt gehen wir wieder eine längere komo mit dem schönen igne zum ende dann kommt meine nasse Uiuiui Komm einmal gehen wir noch Noch mal ne Kräftekombo Und da noch mal ne schnelle Damit hat er mich jetzt leider ein bisschen zu servischt Aber auch dafür haben wir natürlich Ein Hammelbein dabei So Kollege Ist das der Witz an der Sache Das ist mega knapp So klar mega ist jetzt ein bisschen übertrieben Aber wir taumeln Gerard du bist da du bist da Es tut gut wenn der Plan funktioniert Okay So 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 auf eine ecne ist nicht mehr so effektiv ich weiß nicht warum aber ich bin der mannus könnte helfen eine schnelle kombi kollege jetzt kriegst du meine andere seite von mir und zwar die hier ok art ist dem sowas von kack egal das glaubst du gar nicht gott geht im arsch adam arsch wobei kommt noch ein viertel leben jung nützt nix hau schweiberin ich habe noch ein bisschen runtergekühlt mit art einfach so just for fun hier was war denn das jetzt 123 ich bin dabei das hätte angucken was diese scheiß zeichen bedeutet weil ich weiß es nicht mehr jung suche nach ungeheuren auch geht schon ort gefährlich 18 uhr wie sie ganz entspannt freunde ganz entspannt du dreckst golem alter glaub mir das ist keine einladung mehr ok der war nicht ganz so gut komm jetzt mal richtig die musik passt gerade zur ecne junge und ran golem das ist eine grillparty heute und ein bisschen tempo ist auch dabei und gebe mir weiter und ich nicht bin bereit komm her freund ich glaube da wo anfängt zu taumeln die schräge werde er einfach nur ab oder golem die währst du ab ne ja sagst du sag ich doch was ist denn das was ist denn das ach verdammt ey was ist denn hier los gerald was ist los gerald was war das gerade ach nein ich bin schon wieder ins taumeln gekommen ich habe die karte und ich habe sein herz das wie das die Vielen Dank.